Heiho! Herzlich Willkommen! Wie ihr seht bin ich jetzt auf dem Longboard unterwegs und ich treffe mich jetzt noch mit zwei anderen und dann machen wir die Longboard-Tour. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! So, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn wir nur mal so etwas machen sollen, dann zeigt es doch mit dem Daumen nach oben. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann macht doch jetzt am besten die beste Entscheidung für euch im Leben. Und ich würde sagen, das war's gewesen. Bis zum nächsten Mal! Also, ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!